Hallo, ist da jemand? Hier ist Station AXIS. Kann mich jemand hören? Ich bin als Forschungsingenieur, stationiert im AXIS-Labor. Ich wollte über das Unglück in Mars City berichten. Unvorstellbares Grauen hat sich über die ganze Basis ausgebreitet. Helfen Sie mir! Ohne Ihre Hilfe könnten wir alle sterben. Ich bete zu Gott, dass er mir meine Taten vergibt und mir hilft. Ich bin von uns, Feln. Soll ich vor allem nicht geliefert? Ich bin die drei. Ich bin der Taten. Soll das auch wiedersehen? Untertitelung des ZDF, 2020